... ... Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft. Und diesmal ist auch... ...Sand Flo wieder dabei. Ratet mal, wo der war. Der hat einfach nur zu viel getrunken und hat hier in der Ecke gelegen, der Sack. Ähm, wieso schnarcht du die Wand an? Ah, jetzt guckst du mich an. Da, da, da... ich habe mich gerade vor diesem klicken erschreckt hier vom tisch so diesmal habe ich meinen account habe ich jetzt wieder ja genau ich lauf doch wieder als ich rum oder sehr schön gut der mit dem l aufrücken steht für gefahr ja wie sieht alles was wollen wir heute machen das war eigentlich eine frage an dich aber okay das wenn wir das machen was wir immer machen scheiße ja das auch aber ich meinte er okay pass auf ich hab dir mal hier zwei spitzhacken gemacht auch ein schwert ich habe noch so ein abgewracktes kiste gefunden aber hier ist dann erstmal hier deine so jetzt habe ich vier spitzhacken aus du hast noch die alten oder war cheater ok dann auf nach unten warte mal die muss anders anordnen so nachher sieht das nicht toll aus das hast du gebaut hast du noch glas übrig glas müsste in der tour sein wenn ich hätte 41 glas warum hier für die diese ecke oder was brauche ich noch cobble stone nicht cobble stone brick stone warte ich hole die er von boden möchte ich aber kommen benutzen haben wir über noch ja stein ziegel hier kann man da noch welche sehr schön wir haben so viel cobble stone und tue ich mal wieder was in die dingens in die öfen cobble stone bläst dann komme ich mal wieder zu dir wie weit willst du das machen bis dahin wünschen schon als du sehr sollte es ja nicht rausworten bis hier sollte glücklich reichen ungefähr gut dann machen wir es doch bis hier 2 station weg ich schaue dir einfach mal zu keine hobbys machen wir einen let's gucken wie rudy beim bauen zu und wie er fehlt wieso warum nicht so fehle ich weiß nicht einfach bloß mal so weit theoretisch also geht's noch ok 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 es ist ok es ist wirklich ok 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 ich dachte gerade du bist von ganz oben wieder nach ganz unten gesprungen jetzt mal ernsthaft da ist wieder ein enderman soll ich dir mal angucken doch ich habe ihn angekündigt ist ja dann auf dich getriggert oh gott er kommt zu mir er kommt zu mir ich hasse diese sounds oh gott da ist er bist du runter gefallen er hat mich runter geschubst er war so freundlich aus könntest du mir mal helfen der steht direkt unter uns ich baue okay jetzt abhauen was mache ich denn jetzt pass mal auf ich gehe jetzt unten in die mine wieder schau mal ob ich ein paar dias finde oder zum wie ist ja mach das mal ich habe letztens um die walking dead geguckt ne ein let's play davon aber auch nie nie die serie so habe ich ja vorher sonst nie geguckt aber es ist richtig klasse gemacht weißt du was ich momentan gucke einfach so zusammen breaking bad breaking bad und zwar das ist es geht um einen mann der bekommt eine lungenkrebsdiagnose naja im mann mittleren alters sagt man ja ja und jetzt hat er das problem der hat noch eine familie mit frau und ein zweites kind ist momentan noch unterwegs jetzt muss der natürlich irgendwie vorsorgen deswegen steigt er ins drogengeschäft ein der selber ist chemiker und fängt nun an christian zu kochen aber ist wirklich extrem geil gemacht müsste ich mal anschauen irgendwie im internet generell und jetzt weiß im internet erstmal mal gucken wie das so ist ne und verfickte scheiße ich habe keine chance mehr auf maxto man ja ich habe ja kein maxto da das muss schon alte fackeln benutzen und ellen einfach weil es hier zu dunkel ist wo wir schon dann beim thema sind im dunkeln oder im hell mal so mal so würde ich sagen bisschen abwechslung ja klar das ist dann so in dem rhythmus rein raus rein raus an aus an aus ja aber da wird die sich irgendwann springen ich glaube nicht dass es eine lampe gut mitmacht vor allem mit den energiesportingern ist das kleine problem die werden ja die werden ja erst nach einer zeit wieder richtig hell aber dann dann macht es einfach mit einer taschenlampe ja da geht ja aber irgendwann der finger kaputt die dinge sind so fänglich du kannst dich ja auch abwechseln gibst du seine dem dem weiblichen wesen mit wesen 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 gesagt wesen 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 nicht weiblicher besen gibt es einen menschlichen besen ich würde mal sagen die mit dem langen stil der rest sind hat weg ich hab wieder redstone gefunden redstone redstone die tool dass du redstone gefunden hast ja da kannst du dich später schön mit austoben juhu wenn du willst ja voll der redstone pro zumindest im vergleich zu dir ich weiß aber wie maschinen verlegt ja lass mich irgendwas muss ich können du weißt wo die aufnahmetaste ist das reicht moment nehmen wir überhaupt gute frage dass die fraps zahl ist rot also wir müssten aufnehmen was sieht er schon wieder für zahlen bei mir ist überhaupt nichts auf dem bildschirm tja da ist glaube ich der shortcut 11 für bei fraps ne ich habe umgelegt auf ziffern 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 dings 1 0 ziffern block hat nennt fraps das aber aha merkwürdig aber war ich habe schon wieder eisen gefunden den bruder ist gerade online gekommen ernsthaft ich bin ja insgeheim beschäftigt ich sehe das nicht bloß gut bloß gut ach ja das ist so mühselig sich hier irgendwie in gang zu machen what the fuck ich sehe schon nicht mehr das ende da ist einfach nur schwarz tja moment mal das ende ist doch auch irgendwie sieht ja hast du dann nicht überstehen lassen sind mal mindestens drei was wirst du dich lieber stehen lassen warum lieber so ausgrabben dann können wir warten bis wir werkzeug haben ja aber wir müssen das hervor dann und dafür brauchen wir erst mal die jetzt also das sind mal mindestens vier so oft wie ich hier sterbe fünf sind das mindestens sechs sind es mindestens sechs sind es dass ich mal die jahre finde ich habe ja immer so ein pech dass ich direkt drum rum buddeln das ist meistens so so dann bringen wir die dias wir jetzt mal erst mal nach oben was brauchen wir für so ein verzauberungs dinge brauchen wir obsidian und diamanten kein diamanten oder er hätte da brauchen wir 22 ok dann könnten wir das mit der masse machen dann mache ich mir da gleich mal eine dia spitzhacke mit und dann besorge ich uns noch obsidian was wir da haben wir sind ja richtig produktiv heute okay ich bin da ist wieder der endament einfach so tun als hätten wir ihn nicht gesehen auf dem boden gucken depressiv wirken ok und weiter das erinnert mich wieder voll an assassin's creed weiß du also an den ersten teil tötest jemanden und dann tust du so als wärst du so ein gelehrter guckst du auf den boden ist dir gar nicht aufgefallen wie viel ich hier frei geburt du hast was frei geburt alt was hier die ganze zeit rita hat mich gerade behindert genannt schäm dich was hier noch einmal sprich noch einmal wahrheiten aus dann gibt es 1 aufs hier muss erst mal hier her kommen eine diamants spitzhacke bitte ich muss wieder immer wieder feststellen wenn ich irgendwie mein kraft singleplayer oder auf dem multiplayer server bin ich habe ich gehe ja dann immer strip minen tue dann die ganze alles mit dias überall dias hin verschenken weil ich dir einfach zu viel habe also bei mir ist es so dann geht es nicht mehr dann geht es nicht mehr um diamants stacks dann geht es nur noch an stacks von blöcken echt also bei mir ist es so ich habe immer zu wenig diamanten weil ich einfach der typ bin der lieber was baut anstatt irgendwie zu minen und zum beispiel in meinem bruder ist da wiederum ganz anders weißt du der geht lieber minen ja das ist schön stumpf aber auch die aufgabe ja brauchst du keinen kreativen kenntnisse aber ich bin ich habe mich dann immer auch selber wie ich mir nur eisen werkzeug machen ich benutze diamanten gedöns auch gar nicht ja es lohnt sich im prinzip eigentlich gar nicht zum beispiel bei den schaufeln weißt du da brauchst du ja überhaupt keine diamanten schaufeln weil es ist sinnlos finde ich an sich halten die diamanten dinge auch viel 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 zu kurz noch gut wenn man das zaubert dann ist es eine andere sache aber selbst und zerstörbar drei oder sowas damit sich das wirklich lohnt mittlerweile ist es ja so dass du dann bloß noch bisschen eine menge an exp brauchst du kannst du wieder reparieren dann hast du auch die original verzauberung drauf ja mit dem mit dem ambos oder so richtig jetzt neu rausgekommen so ich hätte drei obsidian mehr besorgt ich auch vorerst gar nicht weil ich es hasse obsidian abzubauen vor allem in im let's play weil das dauert ja ewig wie lange dauert das 10 15 sekunden oder ist das spiel zu lang und auf spitzhacke ja die ja spitzhacke habe ich jetzt müsste ich wirklich noch schauen das tut man nicht so schlau hierher kommt auf die spitze getragen in der männer wieder so tun als wenig bei der normalen spitzhacke alles außer dir auf brauchst glaube ich 52 sekunden wow krasse sache 52 oder sowas weiß ich nicht mehr aus was was baust du hier dann eigentlich rein ich meine du hast du einfach nur eine lobby eine lobby für für was nichts diesen lobby ist ok was brauche ich denn für komponenten für einen zaubertisch also obsidian habe ich diamanten habe ich und ein buch dafür brauchst du wiederum leder und braucht man braucht man neue dinge